Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch wie mein Auto fährt. Ich habe eine nette Assistentin neben mir und sie macht halt das was ich ihr jetzt sage. So, die Rückspiegel sind unwichtig, lassen wir dir jetzt immer alles nach außen vor. Als aller erstes, meine lieben Leute, macht ihr das Licht an. Das Licht ist da. Genau. Ihr müsst halt selber herausfinden, was für euch das Licht ist. Und dann bitte die Zündung einmal kurz anmachen. Also ich wollte noch gerade sagen, dass man die Kupplung dabei treten muss. Die Kupplung sitzt rechts. Ja. Ne, rechts. Ja. Und dann müsst ihr euren Slifepunkt suchen. Das heißt, ihr müsst halt gucken wann... Achso, nee. Erstmal Gang reinmachen. Das macht man halt so... Ähm... Ja egal. Und dann... Slifepunkt suchen bitte. Und wie wir sehen, das Autorollzone wäre schon... So fährt man Auto. Und jetzt müsst ihr halt erstmal so lücken. Mhm. Ja wunderbar. Wir sind hier gerade bei... Müll rausschmeißen. Wenn ihr noch Müll im Auto habt, dann schmeißt ihr das bitte weg. Ja. So Leute. Achja, was ich noch dazu sagen wollte. Ähm... Gas sitzt links. So. Wo sitzt die Bremse? Das weiß ich auch nicht. In der Mitte. Ne, die Bremse sitzt glaube ich... Ähm... Ne. Lassen wir das einfach. Tschüssi. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.